Loll. Bist du jetzt also oberhalb... Ja, ich bin links langgelaufen. Oberhalb von Office-Gebäude bist du also langgelaufen? Oder wie? Ja. Eigentlich ist es wirklich komisch, aber ja. Warte, ich finde einfach deine Route so komisch. Ja, ich bin gerade selber mit der Route. Alright, wir können starten, oder? Ich bin einfach hinter Pixar, so. Nice, dann let's go. Ehre. Es ist so ehrenhaft, dass ich ein Profil... Ja, Mann! Ja, Mann! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ehre. Yes, es ist so ehrenhaft. Ich hoffe, dass er es mit dem K. macht. Okay, gucken wir mal. Lifeline, das ist das, was ich dann zum Beispiel fühle. Meine Vermutung hat gestimmt. Äh, der Buddy liegt im Laboratory. Und der Buddy ist auch schon länger tot. War wer vor mir in Lifeline? Ich werde jetzt nicht darauf geachtet. Nee, ich glaube nicht, ne? Oh, ein Light war noch da. Ich war da. Keine Ahnung, wer da noch war. Aber ich bin direkt durchgerannt. Ich bin direkt zum Lava-Ding-Star durchgerannt. Aber ich habe gar nicht in die Vitals geguckt. Ja, stimmt. An Lifeline waren Tobi, White Knight, Pixaso, glaube ich, und Jasmin. Wer waren in den Camps? Ich. Du? Wer schreibt denn die Camps? Alter, wer buchstabiert denn hier das Alphabet? Okay, wer war am Anfang in Lab, ist jetzt die Frage? Ich war da. Jasmin war da. Ähm, Pixaso und... Wer ist denn da? Ähm... Ich, ich, ich. Mechso? Ich weiß nur, dass Freddy Links war. Freddy hat die Likes gemacht, Alter. Ich fand nix. Wer redet grad? Ja, kill her. Ich habe eine Frage an Sie. Ja? Ähm, wo bist du, äh, nachdem wir in diesen... Also, ich bin, wir sind da ja irgendwie... Monfilo! Ich weiß nicht, ja. Ähm... Du bist aber nach mir reingegangen, by the way. Nee. Runter? Ja. Ich hab mein Saminsass, äh, Download, 1 bis 10, bin runtergegangen. Und, und, und wo bist du da nachher hingegangen? Wo bist du da nachher hingegangen? Wo bist du da nachher hingegangen? Ich steh grad in Office. Ja, in Lifeline. Ich steh grad in Office. Und wenn einer von uns beiden eine Key gemacht hat, dann du. Ich bin gerade unten in Dekom rein, und da ist mir irgendjemand rausgekommen. Es kann sein, dass es wegsum. Genau. Ich hab gefragt, es muss ja da einer von den dreien gewesen, also vom Lab, weil wenn ihr meinen, Bärchen war am Anfang im Lab, ich glaub nicht, dass sie da zweimal reinläuft. Pixazo war in Lifeline, Tobi auch. Also, wer war denn am Anfang nochmal im Lab? Es waren Tobi, Jasmin, Bärchen, und da waren... Da waren vier, da waren vier, fünf, sechs, ich weiß nicht. Pixazo war auch mit da. Ja, ich bin Specimen-Dreck runtergegangen, ich hab gesehen, dass... Okay. Pixazo aber war's, glaub ich, auch nicht, weil er mit mir, ähm, als Lights aus waren, links hingelaufen sind, und dann haben wir mit Lights geflossen, beziehungsweise... Da muss es ja einer der sein, weil warum sollte Bärchen denn zweimal in den Lab reinlaufen? Na. Ich würd Freddy hundertprozent für den Kill... Ja, für den Kill ist Freddy nicht wahr. Ich würd mich selber auch hundertprozent rausnehmen. Dankeschön. Ich hab ein gutes Alibi, glaub ich. Wenn er mich gleich auch in der sieht. Oh, Jasmin hat schon einen Kill gemacht. Ja. Lol. Ich war grad eigentlich an Lifeline laufen. Und dann hab ich auf den Report-Packen gesehen. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen. Und dann... Ja. Und dann... Das kann halt Fall sein eigentlich. Ähm... Also ich, äh... Ich... 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 Ich war mit Salz und noch irgendjemanden im Lab. Bin dann von da runtergelaufen. Ja. Und dann seid ihr wohin gelaufen? Ja, und dann wollte ich von... Nee, der ist alleine. Und dann bin ich halt in Office rein. Ja. Und dann hab ich auf dem Weg den Report-Button gesehen. Hab kurz angehalten. Bin wieder zurückgelaufen. Ey, ist da also... Also du willst mir sagen... Rechts von Office oder was? Willst du sagen... Glaub ich. Also... Ist nicht gefixt? Ich war mit Jasmin und Freddy lights fix. Ja. Aber Freddy hat glaube ich nicht gefixt. Ich bin erst danach gekommen von Otto. Christy, du kommst von links her. Also ich kann mich für den Kill rausnehmen. Aber warum bist du denn dreimal in die Lab gegangen, Alter? Selbst nachdem du und Schwarzen mitgegengekommen sind, bin ich fertig gewesen und ihr seid nochmal. Ich hab gedacht, ihr habt da drinnen einen gekillt. Ich bin nicht immer rein zu checken. Ist ein Argument. Können wir mal kurz... Können wir mal kurz darüber reden, warum... Wait, nein, ich verstehe mir auch deine Route nicht. Du sagst, du bist aus Lab rausgelaufen, wolltest zu Office Lifeline checken. Bis jetzt sagst du aber die Leiche links von Office. Bist du jetzt also oberhalb... Ja, ich bin auch links langgelaufen. Oberhalb von Office Gebäude bist du also langgelaufen. Oder wie? Ja. Eigentlich... Wirklich komisch, aber ja. Aber ich glaube, wenn ich den Kill gemacht hätten sollen, hätte das Johannes sehen müssen. War wär er dann an den Lifelines? Dann bleibt nur noch Pixazo, oder? Oder halt White Knight selber. Keine Ahnung. White Knight, ich find einfach deine Route so komisch. Ja ich bin gerade selber mitzumachen. Wie ist das hart klingt.. Ich weiß natürlich, wie es hart sind.. Also 1 und immer wir noch sind. Oh, die Route ist mehr als White Knight. Wir gehen instant einen Upload machen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wow. Bevor ich hier sterbe und den Satz nicht mehr aussprechen kann, Tobi, Digga, warst du dich ein bisschen schnell fertig mit dem Download? Nein, ich war früher an dem Upload und du bist dann reingekommen. Nein, du warst nicht früher. Aber sowas von, okay, okay, dann guck gleich in den Stream. Meine Fresse, Alter, wenn du mir nicht glauben willst. Ja, es gibt auch sowas wie Desync und so ein Gedöns. Vielleicht sieht das da natürlich anders aus. Das ist der randomste Satz ever. Okay, wir können mal drüber reden, dass ich seit 5 Stunden, 6 Stunden Spielzeit immer noch cool mehr bin. Es war so klar, dass er das tasten muss. Das ist wirklich 200 Minus-EQ. Ich bin mir jetzt alle mit beiseite zu. Hier wird kurz die Live-Line zu checken. Oh mein Gott. Okay, also Salzen ist schon länger tot. Und Pixhaston wurde gerade vor meiner Nase gekillt. Also ich stand an der Live-Line, hab gesehen, dass Salzen tot ist. Dann bin ich vor Aus-Live-Line rausgegangen und genau dann war mein Report-Button von Pixhaston. Also der muss vor meinen Augen getötet worden sein. Warte, wo, wer war in Richtung Coms-Weapons da? Ich war da relativ relativ. Dann gerade vor Electrical, vor Starlight Fix. Also nicht direkt, sondern vor der Eusen. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe den Imposter, weil ich stehe gerade die ganze Zeit beim Admin-Panel. Welche zwei Leute waren gegen Ende zusammen im Lab, zu zweit, im Lab? Einer davon ist Crew, einer ist Imposter oder beide sind Imposter? Auf jeden Fall ist ein Imposter dabei. Du hättest das nicht sagen dürfen mit dem einen Imposter, weil jetzt wird, werden die sich nicht melden. Ja, okay, nee, das ist alles gut, das ist alles gut, wer war dann links. Vielleicht ist ja auch der, der Crew-Mate ist, ist wahrscheinlich dann der, der tot ist, oder nicht? Also ich glaube, also Bexo kann es sein, weil der ist mir, der ist mir, glaube ich, vielleicht entgegengekommen, ne? Warte, wer wurde überhaupt geportet? Äh, Pixhaston. Pixhaston war im Live-Line, glaube ich. Der ist eine Sekunde alt. So warst du mit Salzen in den Lab, da wurde er gekillt und du warst halt. Nein, Salzen war nicht in den Lab, Salzen war nicht in den Lab, safe nicht. Okay. Kurz, weil wir müssen worten, ich bin in den Auto reingelaufen und Salzen in das Auto rausgelaufen, deswegen habe ich auch gefragt, wären Coms oder Weapons, weil da war aber geil. Ich bin Klaus an Jasmin bei Elektrikil. Nein, Bexo, ich glaube, du bist es, weil du am nächsten am Admitable stehst und wenn der Kild wirklich da ist, dann bist du das. Ja, das macht nicht, ey, Digga, es ist nur Whitelett und Tobi. Nein, das ist so ein, nein, warum habt ihr Whitelett gevotet? Ey, direkt, bitte. Digga, Tobi ist in Whitelett. Nein, er ist es genauso wenig wie ich. Tja, dann warten wir den Cooler noch ab, ne? War das ein cooles Spiel, Whitelett, sag mal ehrlich. Ja, aber ich war wirklich früher als du da. Ich war wirklich nach meiner Perspektive, aus meiner Perspektive war ich früher. Wenn du dich die Tür aufnennst, bist du noch geschafft, Button zu drücken. Es tut mir leid, Whitelett, dass ich dich betrayt habe. Ja, endlich ein Deposter-Game und Instant gewonnen. Und danach gewonnen. Ja. Hallo, YouTube. Hallo, YouTube. Ich war nur einmal Sas, und zwar nur dieses eine Mal, wo ich angeblich, okay, ich habe gefakt, aber ich habe es eigentlich gut gefakt. Ja, du hast gefakt, ja, du hast mich. Ich habe es gut gefakt. Ich finde, dass er nicht so seinen Sas direkt switcht. Er sagt, ja, ich glaube, Tobi Sas, nächste Dingens zu Whitelett ist. Nein, ich dachte immer noch, Wild Knight dachte ich immer noch von der ersten Runde, und wenn wir jetzt nicht mal absprechen, wen wir voten. Jetzt kann ich ruhig die ganzen Stream langen Crewmates sein, ist mir egal. Ich habe diese eine Runde, die ich einfach mal genießen wollte, und die hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, ich spiele heute für dich Crewmate-Simulator durch, Alter. Ich werde das ganze Runde Live-Line chillen, nur um zu gucken, wenn Tobi tot ist, um die Liegestütze zu sehen. Und das macht auch noch er. Erst mir die Liegestütze reindrücken, dann Imposterwert und mich als erstes töten.